So und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir Spielspaß und heute führe ich euch das Hover-Card vor. Ihr seht es schon vor euch und mit einem neuen Hoverboard von Louisville. Und das Ganze kann sich mit dem Handy koppeln und man kann hier die Größen verstellen, wie groß das hier sein soll, also wie lang. Ich kann es euch mal vorführen. Ihr dreht das hier ab. Es dauert jetzt ein bisschen. Dann seht ihr da das Loch und wenn ihr das andere festhaltet, könnt ihr das Ganze, wie man es groß haben möchte, verstellen. So, aber ich stelle jetzt erstmal für mich wieder in die letzte Stufe. Und das kann man auch mit dem Handy koppeln. Das heißt, ich zeige euch das jetzt erstmal. Bis gleich. Bis zum nächsten Mal. 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 aus, dann wieder an und auf jeden Fall, das ist unser Tart und ich werde euch das zeigen, wie das Ding braucht. Das ist unser Tart, das ist unser Tart. Das ist unser Tart. So, das war's dann mit dem Video und wenn ihr es nicht genannt habt, lasst ein Abo da. So, das ist unser Tart. Bis zum nächsten Mal, ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.